hallo und herzlich willkommen hier zwei weitere Folge bei Cattle & Cops. Aktuell an Maishäckseln ja die Ruhe an Maishäckseln und wir fahren aktuell zum Maishäckseln und werden uns da mal um den Kollegen kümmern. Weil der steht nicht da und wartet auf uns. Wir fahren jetzt zum zweiten Mal und ja weil der Kollege wartet schon hier. So da muss man das gucken und lesen hier. Landmaschinen so eine Anschaffung als Unterhaltung teuer. Da meidet der noch Lohnnehmer und vor den Zeiten, wo die Maschine steht. Wenn der Fäcksel also auf dem Feld steht und auf einen Abfahren warten muss, ist das finanziell gesehen unternehmen schlecht. Ja, ein Riesenkollegen. Da habe ich den Deckel zu gemacht. Also wie fahren wir das am besten. Vor neben rechts oder will er jetzt zurück ich habe mir gedacht ich glaube ja sind sie ja auch ich kann uns anscheinend alleine fahren wieder bremsen wird zu schnell er rollt ja auch alleine ja aber noch nicht voll So, da sind wir da. Ich weiß es doch gar nicht. Nächstes mal fahren wir gerade aus. Kenne ich nichts. Aber ich will Gas weg nehmen, wir müssen mit Wetten in der Busche. Hübt das gleich wieder. Das ist eine große Reichweite. Gerade Uhr, halb zehn, das geht. Der Rechner muss kochen. Die aktuell keine Naturwerte. Der Alter hat nicht so viel gekocht. Anführungszeichen. So. Ja. Wir müssen noch einen machen. Kollege, noch nicht da? Nö. Das sind ja auch so große Maschinen für die kleinen Felder. Ich kann sie nicht rentieren. So, 43.000. 45.000. Mann, der hört sowieso nicht zu, der Bursche. 46.000. fast voll, Junge, fast voll. Ein bisschen noch. 49.000. So, jetzt sind wir voll. Kurz mal ab hier. Ja, da sind wir alle festgefahren. Klar. Uhrzeit 06. Ich komme wieder am besten hin. Ich möchte die andere Richtung fahren, ne? Typisch. Das sind keine Bullseyes. Muss ich gestoßen, oder was? Da sind wir. Ja, der Kumpel wartet schon. Machst du ihn hier nur. Festgefahren. So, wieder wiegen, ne? Klar, da sind wir doch. Fahrer zum zweiten Silo. Ja. Entlade den HW LSW. Okay. Den schieben muss. Dann müssten wir vorbeifahren, links und rechts, ne? So. Und langsamer fahren. Mach keinen Haufen, habe ich getan. Das ist zu schnell. Wir bremsen. Ja. So. Ich will noch nicht leer. Jetzt ist es leer. Äh. Keine Zeit verlieren. Ein Zeitraum muss schließen und abwecken. Damit keine Warte aufsetzt. Ja. Ja. Das ist aber richtig wiegen. Gut. Jetzt hat er sich dadurch gefreut, dass ich im Prinzip ein Blatt gefahren habe. Ja. Ja. Jetzt hat er zwei Laufen hinterher geschaut. Ja. Aber es ist halt so. Eine KI ist dann oft nicht in der Lage, was zu entscheiden, was nicht programmiert ist. Ja. Er hat es festgefahren und damit ist es erledigt. Weil ich einen Haufen gelassen habe. Klein. So. So. Und dann gleich ein Hexler. Ja. Mittagspause. Erstmal Mittagspause. Also schnell deinen Schlepper am Feldrand ab. Aber vorher noch meckern, dass es nicht schnell genug geht. Ja. Das ist gut. Und dann gleich ein Hexler. Das ist guter. Und dann. Das wird dann wieder in der Hand aufhören. Das mal wieder in der Hand immer wieder. Ich bin dran. Ich bin dran. Es geht dran. Du hast dann auch noch ein paar. Ich bin dran. Das kannst du jetzt mal. Das ist sehr viel zugekommen. die minners pause ist vorbei jetzt soll es bist du dran teig aus und schwinge dich nächste der wechsel fahren und ein abfahrgespann erinnerst du dich noch an das tutorial mit den häxler jetzt kannst du zeigen was du gelernt hast unser super so ist er damit jetzt wo die die felder kleiner werden das ist typisch ab wieder ausklappen oder alles mal gucken wo an machen können das ist rote professor nachdem du die nächste aberstelle gebracht hast kannst du auch schon loslegen achte dabei immer auf dem mais gefiss also den andauergerät das auf den abfangespannter neben dir fährt gefühl hast das schieb läuft halt lieber auch mal an und schau langsam nach vorne wieder zurück der anbau von der aufbau von häxler ist leicht erklärt also steckt in vielen jahren der entwicklung und bordung vorne ist der maisvorsatz hier werden die maispflanzen abgeschnitten und den eilzugsplanal zugefügt das mein freund der lohne der darf ich meist häxler fahren jetzt will er wieder so wende wie er macht ne naja gut ok ich hole du da bist die passatur ist die brems irgendwie das zu laster auf gaspedal drehen das ist halt so ne naja ist allerhand fläche hier du zeit 13 naja ganz ganz voll wenn man die folge nicht kriegt mit meister glaube ich nicht hat nur zu viel ist jetzt folge nummero vier dienstag bis freitag dann können wir von glück rechnen dass wir dann fertig haben ne da kann man mit der karriere beginnen dann kommt auch schon der vierter wendler ach so er will ja eben das wieder das sind so diese kleinen felder da so liebe du musst mehr werden als du gerade ausfahren kannst aber gut ist halt so ne um der gelbe balken muss fertig werden das einzige problem noch silo alles verdichten und naja das auch noch naja 3 ist hänger kann man also einstellen und pause sagen naja gut gut der hält ja alleine an etwas gute und nichts verfehlen so so voll so liebe schauer das soll es auch schon für heute gewesen sein ich sage mal tschüss und tschau so jetzt tschüss und winke winke bis zum nächsten mal tschüss tschüss